und wieder ein herzliches willkommen zurück zu failfriends tv mit borderlands 2 da wäre bärmo der eisenfräser und professor schmerz crossfire viel zu weit gesprungen alter du da will er schon in der will er schon einen ordentlichen da will er schon einen ordentlichen oft hat man versaut selber so weiter geht's leute los wir müssen noch jemanden verbrennen tötet die hexe schade die verkloppte gar nicht mehr klettern das ist das entspannendste am ganzen spiel ja und das schönste als wenn wir wieder in den postbordet auch gerade so wie schön es ist einfach nur durchzulaufen das was passiert das fangen sie mit der fresse nur mein Arzt hat die Kopfschmerzen der komische Psycho Zwerg wo kommst du denn jetzt gut drüber der wieso nur ein Bondell wo das überall rauskommen wenn sie es zumachen was was machst du da was mach ich denn ich hab's genau gesehen er wollte dir am Arsch rumfummeln diese komischen Kommandanten sind schon wieder oooohh crossie hast du dich angezündet ja ich steh halt in Feuer und Klommel für die Stampe boah nice aus dem weg lasst mich Arz ich bin durch was kommt doch der Klappoklo runter ich glaub es nicht boah wo ein Brüche was hast du ein Brüche Wie ihr das aber auch noch wehs hier wehste? Geil. Irgendwas. Wegen den Sniper äh wegen den Schrotzen. Na Digga, als Gamer darfst du solche Sachen nicht vergessen? Äh, doch. Ja, ich bin aufm Weg. Ja, dann sag ich immer wieder auf, du volle Sau. Ach so, darfst du mal sagen, sag doch, du bist grade gefallen. Er ist gestolpert. Bis sie da auch wieder am Rumsprenzen sind. Minimum. Boah, was war denn das grad für ne leckige Leiter, ey? Oh, Bärchen, du siehst genauso aus wie der Gegner, alter. Hohoho. glob знаем kannst du behalten. Plumms dram. Plumms im Sklau. Wo den hier schon wird auch sinn sein ist. naja naja ich habe mich gefolgt hat er wird mir selbst auf die Eier gehen wenn ich ihn quälen dürfte ja aber es ist so ein gewisser Grad an einer Befriedigung ach wollte das jetzt schon, willst du das jetzt schon wieder machen Cross? ne ne oh Eridium das kommt davon weil ihr nicht in die Kisten guckt ui Entschuldigung er ist noch nie in der Runde, hab ich gerade geguckt ich bin die Riede machen wir den bekommen irgendjemand wieder lustig, Captain Flint, wie gehts dir? er hat eine Tüte da oben wie grünen jetzt? oh nein er hat's doch recht gehabt mit dem untergelegt let it burn, let it burn, let it burn oh shit bloß gut dass es hier keinen Fallschaden gibt doch ich schon er verliert aber Leben jetzt ist er weg bei mir ist er grad weg nein doch du siehst du denn doch ich wollte du bist du denn du bist du denn du bist du denn das tut mir jetzt noch mehr weh als alles andere bisher Moment ich bin runtergefallen, wartet auf mich, wartet auf mich! Endlich, das ist unsere Chance ihn abzudenken, lauf! Boah, du Assi, du dämlich auch dreckiger Assi! Du wolltest mit Kreuze sagen! Wer macht das denn freiwillig? Mindestens Bärchen hat gewartet. Ich hab noch die Zunge gekauft, er wollte euch jeden in den Weg kriegen. Mach's so, kleiner Badass ist das! So, kleiner Badass auf level 9! Ich will dich, Eisenfresser! Alstra! Wer schreit nicht auf den Kopf? Das ist wirklich wie damals in der Schule. Hey, 5 0 auf den Sportplatz, aber ohne Treten! reden die denn rum kritisch ja ich wurde meine brüder nur das kürzen der zeit kommt bei erfahrung gab es ja wir haben ja jetzt unterlevelden wir müssen uns so gleich hier als erster und das stimmte ich halte und seit ich abfackeln wollen dann kann uns das doch eigentlich egal sein ich meine das bleibt stehen nur sich wurde gesagt dass sie verstehen bleiben habe ich schon die ganze zeit gestanden und das war die gewollt werden kommt er will ich bin dafür überhalten mit sich aus kurzem in den eisenfressern als er als erler ich kann ich habe nur den netzten niemals brennend zwerg geh zum verbrennungssteuerpult und erfüllen seinen wunsch wenn es sein muss hab ich doch hier ziehen darf ich auch noch dann aufziehen ich fühle deine umarmung ich liebe dich ich liebe dich so sehr das ist irgendwie mehr als krank ganz komisch hoch eisenpresse wenn du hier sagst heißt das nie was gutes ja es war auch nicht das schlimmste aus versehen atombombe gezündet hoch hat bis jetzt echt glück mit der ehen orangenen oder wir müssen jetzt auf den ganzen weg zurück laufen nein er hat das claptrap sein schiff nicht mehr da ist war ja wohl klar ja aber ich hätte sein können das ja trotzdem schnell der reisepunkt ist ja ist aber nichts pass mal auf ich nehme die abkürzung mach ich aber auch ich komm mit falsche richtung leute scheißegal wir müssen doch die folge sinnlos in der länge ziehen ja ja aber jo wenn ich sterben sollte war schön mit euch der rolle es gibt keinen Fallschaden wir sind großartig groß wollte gerade ein bisschen spielen und eisenfresser es gibt doch keinen Fallschaden das ist eisenfresser ist wirklich so ein Typ die will man sich als Brüder schon ein bisschen anstrengend Bärchen wo bist du hinter uns wir vergehen die Worte ich bin ich bin auf dem Weg 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 na klar Claptrap's Ship ist aber hier wo denn was oh lecker lecker fischi das ist äh da wo wir zum ähm nein was soll ich das sagen da wo wir das Bullimon Fell gesammelt haben wenn ihr es noch wisst möglich da bin ich nämlich komm und da steht Claptrap's Ship oh nein ein Todeswunsch ich laufe durch das Eis juhu ja Kross spritzt hier wieder voll weißt du ey ich hab doch gesagt ihr lauft falsch ne wir waren doch hinter dir die ganze Zeit ey Kross ihr seid doch recht am Schiff von wo runter gesprungen ihr hättet aber links runter springen müssen ich hab dich doch schon gesehen bleib bei mir du warst doch schon vor mir Krossel ja dann bitte ja dankeschön so soll ich reisen? ja tu mal mach mal scheiße wollte noch das Geld mitnehmen immer leid geh nochmal zurück schau schau und dagegen rex what ernsthaft warum sollten wir ziehen abgeben wenn ich hier ein Schnellreisende Lillith ja schon Lillith ist hier ein Tanktuari Lillith als kommt noch schnell wieder diese komischen Viecher oder? Oh mein Gott diese Fossi-Viecher ja Fossi-Viecher Stenderfurtz! Stenderfurtz Adam Stenderfurtz ist ne gesicherte Marke ich glaub das war Fossi-Viecher oder? Fossi-Viecher, Stenderfurtz und noch irgendwas. Stimmt Fossi-Viecher war das. Prima Wieser war das. Prima ja. Verkack dich Junge du warst so schwanger hoch da rennt er einfach Na Kampf! lass das brennen so sprach richtig Oh echt müssen wir jetzt den ganzen Weg laufen? Ne da gibt's denn die Autos Catch a ride dann fahr ich nochmal bei Dante mit damit ich überhaupt irgendwas sehe auf dem Bett muss ich mal nichts oh armen war Dante ist mir egal wer sagt denn das ich Eisenfresser einsteige? Scheiße aber meine Vorkünste sind nicht die Besten ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen ich wollte gerade als Eisenfresser seine bei Eisenfresser ist es egal ob Motorrad, ob Auto, ob Borderland, ob ich bin schon lange nicht mehr gefahren ja ey das ist echt krank was ich hier gerade abliefer wir können schnell Reise machen wenn du magst ja? ja mach nur ja fangen wir wegen lauter kleine Ninja Sterne die Dinger sehen eher aus wie Kreissägen also so Sägeblätter lass mir mal ne Illusion ok ich hab auch alles kaputt machen muss allein das ist ein Shuriken stimmt da muss ich ihm leider recht geben was soll ich wissen wie das heißt? das sind für mich Ninja Sterne ja Shuriken ja ja krass wie gesagt Klugscheißer mag niemand ja wieso müssen wir jetzt wieder nach da hinten? hä? 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 ja bei mir auch komisch guck mal ist hier nicht so ein Schnellreise-Ding? das ist ein Schnellreise-Ding wir müssen ja nicht zu Lilith wir müssen zu dem komischen Typen der uns das aufgegeben hat ach sag das doch gleich sag das doch Eisenfresser mein Gott jetzt lachen wir uns einmal auf dich ach furchtbar mein Gott ey eh mal mit Profis arbeiten ich kann ja nichts mit so eure Inkompetenz boah 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 ja Eisenfresser hat sich hat sich gerade selber disqualifiziert wer fährt? ja ja wer fährt? ich na Kraussi was los? ich hab auch mal auf die Karte geguckt achso weil ich hab keinen Bock die ganze Schrecke zu fahren eigentlich gesagt also lassen wir es jetzt oder was? ja na dann lassen wir es halt hab ich keine Zeit für stimmt ich bin keine eine auch Eisenfresser dein Ernst jetzt? oh Junge du bist ja schlimmer als so ein Bärchen immer dazwischen was? hast du mich gerade mit Eisenfresser verglichen? nee aber weil wenn Cross und Schnellreise macht gehst du immer noch mal in Automaten eigentlich stimmt stimmt irgendjemand muss es ja tun dieser zack hab ich einen würdigen Lehrling gefunden ja würdig Lehrling hm fragwürdig Lehrling das ist eigentlich nur so ein billiger Ersatz boah weißt du das ist als wenn du mit dem Porsche fährst der kaputt ist und du dann mit so einem kleinen ne danke Fackel wir werden Matchstick bald folgen seit wann ist Porsche noch Maßstab Moment der Entflammung ist gekommen junge Fackel zeig die ungläubigen Clayton sprach von Entflammung das könnte übel werden vielleicht ist das aber auch nur so eine Art Grillparty geh einfach unvoreingenommen an die Sache ran ok? diese Typen sind ja nicht so übel wo sind denn die Dinger? da ist nur eins da können wir schnell hin wer hat Feuerwaffe? ich habe nämlich keine ich habe eine was Feuerwaffe habe ich? boah ich zünde hier grad die falschen Toten an so so jetzt laufen wir zum anderen rüber so weit die Entflammung vollzogen ist erwartet uns alle unsere Belohnung am lodernden Busen des Feuerhawks oh oh also dafür würde ich auch Leute verbrennen glaube ich ich auch und ich fang bei dir an ich habe die Feuerwaffe ich habe die Feuerwaffe damit das menschliche Opfer beginnen kann ok geht zur Entflammung in diesem Entflammungs-Dingsbums wenn es gruselig wird erscheine ich dort sei vorsichtig du musst jetzt ernsthaft außen rum laufen ja du wolltest schon nicht mit dem Auto fahren also kommt jetzt die Strafe ja ich merk schon ach das ist da wo der in der Nähe vom Feuerhawk also müssen wir außen rum laufen ja gut aber dann würde ich sagen stopp stopp war was? wie war das mit Freunden und Feinden ihr Assis ich hab dich geheilt ja ja so bevor wir jetzt aber weitermachen würde ich sagen das verschieben auf die nächste Folge die nämlich äh der Cop da ansagen muss und dann sage ich in diesem Sinne danke fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst ein bisschen Feedback da und wenn ihr wollt sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder ich sage danke an Bärchenkross und Eisenfresser und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao tschüss